Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von TheCrew Das ist erstmal die letzte Folge Bis jetzt Ihr habt es wieder ein Rennen Du brauchst eine saubere Linie Nutz die Bremse Nicht dieser Driftscheiß den Aamer abzieht Machen wir nochmal von vorne Streckenrennen Du brauchst eine saubere Linie Nutz die Bremse Nicht dieser Driftscheiß den Aamer abzieht eines Siegel Herzlich Willkommen Ein Kinderspiel. Nicht so, mach es anders. Ja, ganz cool, ganz cool. Nicht so, mach es anders. Nicht so, mach es anders. Nicht so, mach es anders. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Fuß aufs Boden, Lechmann. So, mach es anders. 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 Eine Kanone. Okay. Wenn du keine... Hab ich nicht gesagt. Ich will nur sicher gehen, dass du weißt, was du willst. Seit fünf Jahren denke ich jede Sekunde des Tages darüber nach. Okay. Okay. Ich muss telefonieren und melde mich. Okay. Ich bin gerade auf dem Weg in den kalifornischen Staatsknast. Wäre doch schade, wenn ihr die Party verpasst. Wenn du es in die nächste Runde des Wettbewerbs schaffen willst, hol ihn aus dem Knast. Details auf dem PDA. Okay, Alex. Eine Hundestaffel ist unterwegs. Du kannst dich um den Bus kümmern. Du bist göttlich, Zoe. Pack in dir. Scheinbar hat der Busfahrer einen Plan B. Wohlt ihn euch. Hau rein! Bring es hinter dich, Alex! Zeig sie ihm, kleiner. Die Mission ist schon jetzt beschissen. Achtung, Vollbremsung! Er holt mich ein. Ich fange ihn ab. Unser Treibstoff geht zur Neigezentrale. Wir müssen das bald erledigen. Wir müssen ihn jetzt ausschalten, Zentrale. Er blockiert mich. Ich kann nichts machen. Verdammt, ausgemischen. Er kann fahren. Verdammt, wir haben meine Einheit verloren. Da ist er. Autsch, klingt lustig. Hier müssen wir ihn. Nachschau zu, Junge. Straßenfernen bereit. Da ist er. Wait. Für die Ehe nicht. Zoe, ich hoffe, du verfolgst das. Neues vom Transferplan. Der einzig Bedeutende dort ist dein alter Freund, Troy. Oh man. Was können wir tun? Ich habe ein Auge am Himmel. Wir lassen ihn gehen und bleiben dran. Autsch, klingt lustig. Straßenfernen stehen jetzt bei mir bereit. Verstanden. An alle Einheiten. Die Straße ist in Fahrpflichtung gesperrt. Zentrale, wir haben eine Einheit weniger. Roger. Die Zeit läuft keiner. Achtung. Können wir gleich abbrechen. Achtung. 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 Und wir sagen, wir sehen uns bald. Vielleicht auch in der neuen Folge. Also, erstmal ist Bandit Crew. Schau, bis wenn überhaupt zur nächsten Folge. Und wir sehen uns bald. Tschau, bis. Tschau, bis. Tschau.